Innen, außen. Seetaler Alpe-Düppel. Flur vor Soldatenzimmer. Exerzierplatz, Nacht. Charles kommt aus seinem Zimmer. Mada und Mario, beide nur mit einem Handtuch um die Hüften bekleidet, prügeln sich heftig. Aus den Zimmern hinter ihnen recken sich bereits schaulustige Rekruten. Verlackes Recht, Mada-Meldung. Herr Witzerleutnant, ich hab nur gesagt, er soll nicht das ganze warme Wasser verbrauchen. Dann sagt er zu mir. Was? Ich soll zu euren Mutter in die Dusch kommen. Stimmt das? Ja und? Hat sogar einen Steifen gehabt. Antreten in Katz 3 in 5 Minuten draußen. Sie werden jetzt noch eine Ehrenrunde drehen, den Verlag. Jawohl, Ehrenrunde. Wir sind die vierte Garde-Kompanie. Wir präsentieren unser Heer. Kampfanzug 3 hab ich's auf. Egal wie schnell der Panzer braust. Es nimmt ihn, steht die Panzer hoch. Aber ihr habt die Zimmer wochen zerlegen und bussen, bis zum Zappen streichen. Wenn sie erfrieren, dann bring ich sie um, Verlag! Und Schwabe ist nie kalt, Herr Vizeleutnant! Du präpotentes Arschlauch! Verlag! Ich bringiere dich! Kannst du sie im Baum nhân? Wie kannst du sie es nicht unterziehen? Und wenn sie es nicht gegen their ответiteln verlegen?